Dieser Film bietet einen Überblick über Effekte-Shader und stellt einige davon vor. Lassen wir uns in diesem Film einen Blick werfen auf die sogenannten Effekte-Shader. Auch diese sind in der gleichen Gruppe zu finden, nur eben unter einer anderen Einsortierung, nämlich hier unter Effekte. Los geht es dabei mit der sogenannten Ambient Occlusion. Diesen Effekt kann man häufig verwenden, um Erdungsschatten und ähnliche Effekte zu realisieren. Also immer wenn es darum geht, eine Abdunklung dort zu erzeugen, wo sich Objekte nahe kommen, also zum Beispiel eine Kugel auf einem Tisch liegt, dann bekommen wir unter der Kugel eine kleine Abschattung, die wir ansonsten über einen Lichtquellen-Schattenwurf nur sehr schwierig erzeugen könnten. Stellen Sie sich vor, man würde die Lichtquelle über der Kugel platzieren, dann würde sich nach unten hin natürlich ein sehr großer Schattenwurf ergeben, der weitaus größer wäre als das, was man eigentlich haben möchte. Um das einmal zu zeigen, rufe ich hier mal genau dieses Szenario ab, dass wir sagen, wir haben hier eine Kugel, die auf einer Ebene liegt. Würden dem Material der Ebene jetzt dieses Ambient Occlusion zuweisen, das Material entsprechend darauf legen und wenn ich jetzt einfach mal über diese orange umrandete Taste eine Bildberechnung auslöse, dann sehen Sie genau diesen Effekt der Abschattung hier an der Ebene dort, wo sich Kugel und Ebene nahe kommen. Das ist genau der Effekt, der ansonsten nur mit einer Punkt- oder Spotlichtquelle alleine sehr schwierig zu erzeugen wäre, weil sich da aufgrund der Form der Kugel natürlich immer ein sehr viel größerer Schattenwurf ansonsten ergeben würde. Dieser Effekt ist also sehr schön geeignet, um kleine Riefen, Einstülpungen auf der Oberfläche durch Abdunklung realistischer zu gestalten oder eben wie in diesem Fall die Abdunklung unter Objekten. Gesteuert wird das Ganze über einen Farbgradienten. Das heißt, der linke Farbwert entspricht den Stellen, die eine sehr geringe Distanz aufweisen zu benachbarten Objekten und rechts werden die Stellen, die so weit von den umliegenden Objekten oder anderen Flächen entfernt sind, dass es nicht mehr relevant ist für die Berechnung. Dabei werden verschiedene Strahlenlängen benutzt. Die maximale Strahlenlänge definiert genau diesen Bereich des rechten Gradientenrands. Also alles, was weiter als 100 cm entfernt ist, interessiert den Shader nicht mehr und bekommt automatisch dann diese Farbe zugewiesen. Die Verteilung sorgt für eine Streuung des Strahlenbündels. Wie Sie hier schon an den Samples-Einstellungen sehen, werden also wieder mehrere Berechnungsstrahlen losgeschickt. Je mehr, desto exakter wird die Berechnung natürlich, desto länger dauert sie aber auch. Von daher würde ich nur dazu raten, diese Werte zu erhöhen, wenn Ihnen das Resultat zu griselig, zu körnig ist. Die Verteilung sorgt dann dafür, dass die Berechnungsstrahlen in einem weiten Winkelfeld abgegeben werden. Also bei 100% wären das 180 Grad rundum entlang der normale, also entlang der Vorderseite, würde es 100%ig gestreut. Und kleinere Werte führen dazu, dass das eher gebündelt abgegeben wird. Diese Berechnungsstrahlen, also dass diese mehr der normalen Richtung folgen, hat zur Folge, dass der Effekt dadurch auch kontraststärker wird. Wir können das ja sehr schön hier beobachten, wenn wir mal auf 50% gehen. Sie sehen, dadurch, dass jetzt hier die Strahlen gebündelter gerade nach oben gehen, vergrößert sich die optische Abschattung und gewinnt einen Kontrast. Im Vergleich hier nochmal die 100% Streuung. Da ist das Ganze sehr viel weicher und nur direkt im Berührpunkt praktisch sehr dunkel. Dieser Effekt lässt sich, wie hier gesehen, als Shader verwenden. Meistens kommt er dabei im Diffusionenkanal zum Einsatz, weil dort natürlich die Abdunklung das Thema ist. Das hat den Vorteil, dass automatisch nicht nur die Farbe, sondern auch Leuchten, Glanzlicht und Spiegelung mit einbezogen werden können durch die Berechnung eines einzelnen Ambient Occlusion Shaders. Ansonsten, wenn Sie diesen Effekt so toll finden, dass Sie den generell auf alle Objekte der Szene anwenden möchten, so müssen Sie das nicht für jedes Material der Szene einzeln tun, sondern finden in den Render-Voreinstellungen, die hier unter dieser Filmklappe mit dem hinterlegten Dialogfenster zu finden sind, einen Effekt, der genauso heißt, nämlich Ambient Occlusion. Der bietet genau die gleichen Einstellmöglichkeiten, nur hat den Vorteil, dass Sie hier sagen können, auf Szene wirken. Das heißt, da werden automatisch alle Objekte mit diesem Effekt belegt. Nachteil natürlich daran, Sie können hier nur eine Strahlenlänge und eine Verteilung angeben, das heißt, alle Objekte werden mit identischen Einstellungen dann berechnet und abgedunkelt. Kommen wir aber zurück zu den Shadern, denn die Bildberechnung ist ja nochmal ein separates Thema. Neben der Ambient Occlusion finden wir dann hier den Lumas Shader, den ich als nächstes hier vorstellen möchte. Dieser kommt immer dann sehr schön zum Einsatz, wenn es um Materialien geht, die gebürstet sind, zum Beispiel denken Sie an Metalle. Der Shader selbst kommt fast wie ein eigenes Material daher, das heißt, Sie haben auch hier die Möglichkeit, eine Farbe zu wählen, einen Schattierungsalgorithmus zu wählen. Sie kennen das aus den Illuminationseinstellungen des Materials, auch da gab es hier zum Beispiel das Orinaiar zur Auswahl. Und Sie können hier Beleuchtung und Kontrast einstellen, das ist nichts anderes als diese diffuse Abnahme und die diffuse Stärke aus den Illuminationseinstellungen. Das heißt, auch hier geht es erst einmal um die Schattierung der Oberfläche. Dann abweichend von dem normalen Material haben wir jetzt aber drei Glanzlichter zur Auswahl, die in ihrer Farbigkeit, Größe und Intensität auch nochmal gestaffelt werden können. Das heißt, bis zu drei verschiedene Glanzlichter können hier generiert werden auf der Oberfläche. Wo es aber dann wirklich spannend wird, ist die sogenannte Anisotropie. Das ist, wenn es Deutsch übersetzt, die Glanzlichtverzerrung. Normalerweise haben wir es immer mit kreisförmigen Glanzlichtern zu tun. Das lässt sich aber hier eben durch die Anisotropie verzerren, sodass wir es hier auch mit ovalen Glanzlichtern versuchen können. Verschiedene Algorithmen stehen zur Wahl, je nachdem, woran sich die Verzerrung orientieren soll. Das lässt sich natürlich dann später am besten am eigenen Objekt überprüfen, weil es abhängig ist von der Oberflächenkrümmung einerseits und natürlich der Lage und Intensität der Lichtquelle andererseits. Aber besonders spannend sind hier diese Muster, die wir hier finden. So gibt es hier zum Beispiel radiale Muster, wie wir sie zum Beispiel auf einer DVD oder CD wiederfinden. Ich versuche auch hier mal das Ganze etwas größer rauszuholen, dann sehen Sie den Effekt besser. Das heißt, es kommt hier zu so einer Riefenbildung, in dem Fall radial, also in Kreisen, die natürlich auch zu einer charakteristischen Verzerrung der Glanzlichter führen. Diese Riefen und auch die Entfernung der Glanzlichtverzerrung können separat gesteuert werden. Die Riefen hier im unteren Teil über die Amplitude. Das wäre also praktisch die Auslenkung, je tief die Riefe ist und dann hier im oberen Teil die Glanzlichtverzerrung. Je härter der Wert ist, desto länger wird das Glanzlicht verzerrt. Und das können Sie dann über diese Option 1, 2, 3 auch nochmal begrenzen auf diese drei Glanzlichter, je nachdem, welches davon verzerrt werden soll. Als letztes hier nochmal das radiale Musterplanar. Sie kennen das vielleicht so als Zierschliff an alten Kühlschränken zum Beispiel. Sie sehen je nach Lichteinfall hier dieses sich überlappende, kreisförmige Schliffbild. Also dafür braucht man dann auch keine eigene Textur mehr. Das lässt sich hervorragend hier mit dem Lumas Shader visualisieren. Das lässt sich hervorragend hier mit dem Lumas Shader visualisieren.